ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite ja ich zeige euch jetzt einen gameplay von dem neuen vector skin der wird jetzt hier spawnen da ist er mega geil sieht wirklich cool aus muss ich sagen hier sehen wir jetzt auch noch mal das sieht schon echt fett aus mega cooles teil ja lassen wir ihn doch einfach mal laufen jetzt hier er geht in den baller rein okay okay er geht in den baller er ist im baller unterwegs so sieht der skin dann auch im baller aus also ganz ehrlich verstehe ich nicht noch kurz mal raus gegangen gekillt dann weiter alles klar ja zwei leute die einfach so da rum stehen easy kill ist das nicht ein teammate und da steht wieder einfach jemand ja so kriegt man easy kills so kriegt man easy kills und da habe ich ihn gekillt das war ich jetzt holt er mich glaube ich jetzt hat er mich bekommen und so viel kann jetzt gar nicht mehr haben jetzt macht er jetzt noch minis rein ok und jetzt komme ich und habe ihm einen schönen hit gegeben ja wenn es euch gefallen hat dann schreibt doch was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnite gameplays vorstellungen von skins mit mir dem herrn gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss jetzt jetzt ab jetzt 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 jetzt